Hey Leute und Willkommen zu Minecraft Let's Play 14. Heute jetzt leider hatten wir ein kleines Problem eben. Wir hatten schon Let's Play 14 aufgenommen und schon waren richtig weit schon. Dennoch hatten wir hier nur Ton auf einmal, da das Filmprogramm wieder ein bisschen, naja, kaputt war. Oder du hast es geschenkt, du hast es. Ja, und deswegen sind wir jetzt nochmal hier in der Höhle. Wir haben jetzt nochmal fünf Diamanten und so weiter gefunden. Richtig schön, richtig scheiße, dass ihr es nicht sehen konntet. Hier haben wir ein kleines Lager aufgeschlagen. Jodcroft ist leider gestorben. Und seine Sachen liegen hier noch in der Kiste. Ich nehme jetzt das Nötigste mit. Nein! Und komme dann, gehe erstmal in unser Lager. Was ist meine Sachen da drin? Ich will mein Schwert behalten, meine Eisenspitzen. Die kriegst du gleich wieder, wenn ich bei uns im Lager sehe. Nein, ich brauche die Eisenspitzen. Die kriegst du doch sofort, aber sonst sind die weg für immer. Wenn die Jungen sagen, nein, du in der Kiste kann man so unendlos laden. Ja, ist mir schon klar, aber du kannst es hier nicht wieder hin alleine. Hoffentlich. Ja, ich sehe, ich bin sehr geil. Wie geil! Guck mal, da ist ein Skilless. Ich kann auch aufpassen. Das ist mein Schwert. Ja, und er kann nichts machen. So, dann sehe ich mich hier in diesem großen Raum hier. Hallo, heil Skelett. Nein, ich kann jetzt hier keine Pause halbieren. Ich muss weiter. Und, äh, ja, mal gucken. Ich glaube, ich habe J-Craft, sehe ich da hinten, mit Namen. Ich habe es wieder gefunden, glaube ich. Was hast du denn da? Ich sehe deinen Namen da hinten, nur mal so zu empfüllen. Wo bin ich denn? Ich bin gerade nämlich auf dem Rückweg. Oh, das Spielette. Fängst du jetzt einfach. Wir sind jetzt wieder hier. Äh, J-Craft, ja, ganz ruhig. Da steht es dann gleich wieder. Gehen wir jetzt erstmal zurück. Hier ist einfach ruhig, äh, ja. Kannst du mich nicht losen, wo ich muss? Ja, ich habe Pfeile gefunden. Ja, von mir. Und noch, oh, deine Sachen habe ich gefunden. Toll. Was brauchen wir denn? Ich setze, lege da. Zack, weg. Das hier ist noch ein neuer Abschnitt. Wow, hier ist Rückgestalt. Ja, ich weiß. Wir sind auch auf niedrigster Ebene. Puh, bleibt sehr gut hier. Super, wo sollen wir jetzt denn hin? Kannst du mir nicht einfach sagen, wo ich will. Ich muss selber erstmal den Rückweg finden. So, jetzt sind wir wieder in unserem normalen Haus. In unserem kleinen Berghaus. Wo wir jetzt erstmal gerade unsere wichtigen Sachen ablegen und dann J.Craft helfen. Habe ich mir ja besterben lassen und dann wieder. Ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Ja, sehr gut, J.Craft hat es sehr gut. Jetzt musst du... Hallo? Und gestorben. Ja, ich gebe es auf. Ja, da sind nur noch deine ganzen Sachen drin. Aber du weißt doch noch, wo die Kiste war, oder? Ja, die steht dahinter, wo du gerade warst. Ja, ich weiß. Findest du dahin zurück? Ich nicht. Warum bist du fies? Ja, wenn du deine Sachen verlierst. Ja, heute kommt jetzt Kroger raus. Dann warte ich einen Schritt, wenn du die daneben willst. Ich hole immer deine Sachen, nur mal so zur Info. Ja, ich weiß. Warum ist es eigentlich nicht die ganze Tür sich zu schicken, ob die du noch hast? Oh, ich wusste, dass der da steht. Ja? Das wird eine Game. Wie ist denn mit der Game? Also, noch ein Creeper, explodiert auch einfach. Das macht es mir um einiges leichter. Wann? Ja, wieso? Ey, ich hasse Creeper. Nee. Wir alle haben ja nicht hasse Creeper. Ja. So, dann haben wir deine Sachen. Pass auf, da ist ein Skelett. Ja, ich weiß, aber das beachte ich nicht. Im Gegenteil zu dir. Cheater. Das bringt es um so einiges. Ey, wo ist's? Also, wenn die Kiste jetzt explodiert, wäre mehr als so ein Schlau. Ich weiß. Halt die noch von einem Schlau. Ja, das war gut. Die schießen sich gerade selber tot. So schlau. Wie clever. Wir erstellen jetzt auch schon fast. Scheiße. Oh, ich bin auf der Duster eingebennt und hab wieder die ganze Zeit. Okay, das hat jetzt mega gebackt. So, wir geben den Back. Ja, super, wir haben jetzt nichts frei, um J-Craft Sachen mitzunehmen hier noch, was hier noch ist. Das tut doch irgendwas weg, um J-Craft Sachen mitzunehmen. Ja, büßes. Und jetzt muss ich einfach mal... Ich bin eh draußen. Ja, ich hab alle Sachen hier. Yo, ich muss wieder zurückfinden hier. Ah, ich... Ja, ich komm jetzt auch an unsere Haupttüle. Und da aussehen. Und jetzt töte ich mir dieses Skelle hier, weil es mich die ganze Zeit nervt. Hey, du Skelle, guck mal hier. Was? Warum? Hier sind wir noch bis das Dingsy, der Creeper eben explodiert. Ach so. So, dann müssen wir hier, dann müssen wir hier lang. Langsam kenne ich mich auch. Ja, ich bin nicht. Zack, und dann sind wir da bei uns noch raus. Geh schnell rein, schnell rein, schnell rein. Okay. So, ja, dann sind wir wieder da. Ja, J-Craft. Ähm. Hier haben wir noch wertvolle Sachen in so einem bemosten Stein. Ja, der ist nicht so wertvoll. Ja, nicht so wertvoll, aber wir lassen ihn trotzdem mal hier bei wertvollen Sachen. Können wir hier nicht mal eine Eisentür reinmachen? Können wir hier nicht mal eine Eisentür reinmachen? Nein, das brauchen wir nicht. Das bringt's. Wunderbar. Können wir eigentlich jetzt betten, oder? Ja, jetzt nehmen wir ein bisschen von allem mit nach oben, weil, wie gesagt... Ein bisschen Eisen, oder? Ja, Eisen auf jeden Fall. Gold brauchen wir ja nicht, oder? 15 würde ich sagen. Ja, Diamanten lassen auf jeden Fall. Dann Kohle lassen wir auf dem... Aber nehmen wir auf jeden Fall die Melonensamen mit. Und noch ein paar Diamanten nehmen wir auf dem Topf zum Stück. Lass sie doch hier. Die Melonensamen hast du hier, J-Craft, oder? Aber, äh, wofür brauchen wir Diamanten? Ja, um uns Diamant-Sachen zu machen. Und so... Ich verstehe, Junge. Und... Sind Juckis die Melonensamen weg? Sieht so aus. Was ist denn das an der Seite? Nein, nein, die können wir nicht wechseln. Die Melonensamen sehe ich im Moment nicht. Oh, Scheiße. Die hätten... Das... Du hast doch gesagt, Scheiße. Da sind noch acht Samen. Ja, das sind Kübiskerne. Und das andere Samen, andere Samen. Aber du hast doch gesagt, scheiße, auf die Samen und hast da Samen reingetan. Oh, Mann, das waren normale Getreidesamen und die heißen Samen. Als sie den Namen kennst. Okay, wir gehen jetzt mal hoch und, äh, nehmen ein paar Sachen mit hoch und sehen uns dann gleich wieder. Ich helfe jetzt J-Craft auch gerade, das, äh, Lager noch fertig zu bauen. Und dafür hole ich uns jetzt erstmal ein bisschen Sand. Weil wir sicherlich... Ich habe jetzt zwei Diamant-Schwerter. Ja, J-Craft hat gerade, legt sie mal in die Kiste beide. Ja, ich mache hier eine Kiste hin. Nicht draußen, die Damage weiter. Ja, können wir auch. Nein. Wieso können wir ja im Lager hinbekommen? Mhm. Außerdem brauchen wir keine neuen... Mach die... Äh, behalte die Kisten für das Lager doch einfach. Wir bauen doch jetzt eh das Lager fertig drauf. Soll ich das Lager hier nicht draußen machen? Nein, das Lager ist doch da hinten. Achso, was ich gebaut habe, das Lager. Also wir bauen jetzt das zweite Baumhaus. Das soll ja das Lager werden, das wollen wir bald. Ja, ich baue, helf dir gerade, dass ich fertig kriege, weil wir brauchen das jetzt. Und was soll ich da denn mitnehmen? Dann nehme ich schon mal alle Sachen mit dir als Lager zusammen. Nö, du hast ja noch nicht mal das Lager fertig. Wie willst du denn die Sachen da reinmachen? Ich weiß nicht. Ja, ich brauche aber noch mehr Kisten. Wie ist das klar? Ja, mit zwei kommen wir nicht aus. Aber, ja, okay, erstmal kommen wir jetzt zwei Kisten aus. Erstmal fertig bauen, würde ich sagen. Ja, stimmt, aber ich habe keine Lust. Dann macht ihr was. Die Schwerte kommen nicht ins Lager raus, oder? Ja, da kommt alles rein, außer die Sachen, die wichtig sind. Ja, die Schwerte. Ja, und die wertvollen Sachen halt, ne? Die sind ja eh unten. Was ist denn später? Ja, sehen wir Weihnachtshaus, die in die Twitter-Store gehen. Dann sind die wir. Ja, nach einer Kurzpause sehen wir uns dann wieder. Da sind wir wieder. So, wir bauen gerade ja noch ein bisschen Sand ab bei J-Crafts und ich wollen jetzt ja gerade weiterbauen an unserem kleinen Lager. Wir machen jetzt einfach mal 63 Glas, Glas kann man ja immer gebrauchen. Hier ist das Wasser verkackt. So, jetzt haben sie drei Hilfen. Das war. Das ist besser. Okay, die Marik ist jetzt noch ein bisschen zu hoch. Mach die schon mal voll, die Öfen. Mit Oben. Okay, cool. Ja, lass uns erst mal so. Ja. Okay. Hast du eine Play oder nicht? Ja. Ja. Ihr habt Quark hat jetzt schon ein paar Öfen genommen. Ja, aber die Kohle ist voll. Ja. Ja. Wir machen mal die Öfen noch ein bisschen voller. Ja. 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 Soll ich hier ein bisschen Fleisch holen gehen? Ja, mach das. Aber da ist noch ein bisschen Stilzjahre. Aber nicht mit den Daimenschlettern. Nein. Nicht mit den verzauberten Bogen. Doch, ich will mal ausprobieren. Nein, ein bisschen nicht. Ja, bitte. Nein, ich will von hier oben in den Schein abschließen. So, da sind wir wieder. Einen kurzen Stopp hier. Da hinten sehe ich ein Schweinchen. Komm her. So, wir machen jetzt mal gerade ein bisschen Glasschein. Und wenn ich rot es halb. Ja. Oder nicht. Ich gehe jetzt mit dem Bow auf. Weil ich nehme dann ein bisschen was mit und besorge mir jetzt mal ein Hündchen. So, jetzt. Ich baue jetzt gerade die Scheiben ein bei unserem Lager. So, weil Yachtcraft ist ja gerade noch beschäftigt mit Jagen. Aber er kann ja vielleicht dann schon, okay, ja, etwas größeres Lager. Unser Wohn... Okay. Unser Wohnhaus ist ja etwas kleiner extra, weil wir brauchen halt nicht so viel Platz. Es ist ja einfach nur so zum Pennen gehen. Mehr auch nicht. Pennen. Und ein gutes Schwert. Falls der Enderwein vorbeikommt. Wir sollten eigentlich mal in die Richtung auch mal... Ich sehe da unten schon richtig geil. Das sieht irgendwie witzig aus. Da können wir ein Haus reinbauen. Sollten wir mal... Ja, wir bauen natürlich noch Gusshäuser später. Aber sollten wir auch mal erkunden, weil zu der Seite haben wir noch gar nicht erkundet. Naja, wir waren das schon mal drunter und wussten es noch nicht. Ich kann hier nicht bauen, was... Hier, jetzt geht es wieder. Nee, hier. Genauso wie in der Höhle. Wir verbrauchen jetzt das ganze Glas. Ich brauche hier noch irgendwas schon mal nachher. Ja genau, verrottetes Fleisch. Wir haben kein verrottetes Fleisch. Braucht auch keiner. Nein doch, ich wollte ja bei dir ein paar... Oh, das ist ein wenig. Dafür brauchst du kein verrottetes Fleisch. Was sonst? Die ersten verrottetes Fleisch. Wisstest du das nicht? Äh, nein, ganz sicher nicht. Wollen wir mal den ersten verrottetes Fleisch? Und so Loti! Hunde nehmen Knochen. Ich habe keine verrottete Fleisch für Hunde, sondern ein Knochen. Wollen wir welchen essen das? Wir wissen dann sicher, dass es gut ist. Gott. Ähm, ja, wir brauchen jetzt noch ein wenig Holz. Aber das gute Holz haben wir das denn noch nicht. Haben wir noch irgendwo? Ne, wir haben kein Götz. Ich kann es anhellen, weil direkt vor unserem Haus ist ein Ozealot. Und ich möchte auch noch ein bisschen. Ja, ich mache das. Ich verscheuche ihn. Da, siehst du? Ja, ich weiß, ich verscheuche ihn gleich. Nein, genau. Nein, ich versuche es nicht. Aber beeil dich. Nonsten ist er gleich wieder weg. Ich weiß. Vielleicht kannst du jetzt anhellen. Hm. Ja, und ich glaube, Nein, ich versuche es nicht.